Haben wir noch eine Fläche? Ach, Schmor klingt ganz gut. Unmultisch. Ah, natürlich, dass sie das jetzt schon machen. Brenne, meine Freunde. Entschuldigung. Etch. Und tschüss. So, die wissen wir ganz gut. Glitschige Oberfläche. Schließt auf und haben. Eiszapfendolch. Jetzt weiter runter. Oder weiter, weiter mit einem Rätsel. Blockade. Äh. Oh Mann. Ja komm. Hab sowieso nicht mehr viel zu tun, Dara. Hoffen, dass sie auch bald rauskommen hier. Das wäre mir lieber. Und nicht alles hier so haksam durchzugehen. Nein, 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 böser Bub. Okay, das ist Dara. Tschüss. Habt leider keinen mehr. Und Faust. Und Faust. Die Faust. Steingottes. Laser. So. Äh. Äh. Is. He. She. I. Oh. I. 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 I'm. manche die manche die manche die wie süß die frisur ist aber er zittert voll oder spaßige bewegungen auch kommen geht doch einfach mal sterben hier oh la la wenn du mir los drei maler punkte Just Hallo Mann habe ich den denn stehen hier benutzen ich brauche mal eine mana-pole, wir gehen auch langsam im keller raus müssen wir über die zapfen hier hier runter hier durch die erste treppe hier gab es noch eine eisrutsche deswegen gab es noch eine kleine abkürzung ich wollte sagen ob es jetzt mit oder nicht ich muss doch langsam was angreifen hier da ist er lang das hat eine falsche richtung da sind die eiszapfen da geht es hoch hier gibt es glaube ich keine abkürzung doch ich glaube ich kann hier runterrutschen das vereinfachtet alles das ist die truhe das heißt wir müssen hier lang und wir sind draußen, oder? ja, wir sind draußen lächerlich 4, 5 ja ok zauber schmor sensen sollte alle eigentlich ganz gut treffen alter schwede 1,2,3 B was haben wir denn da? F G H also haben wir 8 die maximale anzahl der monster die da sein können naja keiner vom betroffene ich glaube es nicht ab in die hölle mit euch ihr höllenhunde zeit paralysiert aber das kann jetzt heiter werden hier besonders das flash gleich stirbt so machen wir mal so äh ein WUMM wäre gut glück gehabt er hält aber auch nicht lange wenn vier davon treffen ist Feierabend ok konzentriert ich bin auch gleich richtig viel schaden aus jungs ich glaube das muss ich verhindern dreie down vier fünf kann ich jetzt nummer 6 kurz leben schwenden na die gehen jetzt beide hoffentlich down oh nein da kommt ii alles klar das kriegt der letzte jetzt alles zu spüren böser Hund mit einem Leben so padam neue monster besicht ist